Grüß Gott, ich bin der Werner Karl und das ist heute schon der Tag 23 von meinem Video-Tagebuch. Und ich hoffe, ich habe es gestern euch am Papa hochleben lassen, weil gestern war ich auf Vortortag und da hat mich auch mal feiern müssen mit dem Papa und ich habe festgefeiern mit dem Papa. Und ansonsten, da war ich mit meiner Assistentin da auch unterwegs, da war ich bei Stülkenzöl. Da habe ich ein Video auf Instagram, weil ich weiß nicht, ob ich es schon gesehen habe. Und das war für alle Fälle recht super. Und ich wünsche euch noch einen schönen heißen Tag, wenn man, wenn man sozusagen gebliegt ist. Das ist wieder mein Umflug. Das ist für dich, bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.